Hallo und herzlich Willkommen zur 61. Folge unseres The Sims 3 Let's Plays mit der Familie Honk. Ich bin der Palzi. Hildegard geht als Letzte der Honks gerade zu Bett. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, Leni ist noch unterwegs, aber die kommt auch nach Hause. So, längere Pause gehabt jetzt hier. Mal kurz wieder reinfinden. Es gibt ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall machen möchte. Das ist mir aufgefallen beim Review der letzten Folgen. Als erstes will ich diesen Chill-Out-Kühlschrank loswerden. Dann können wir den Futternapf nämlich nach da stellen. Den Stuhl hätte ich gerne irgendwo nach da. Ich stelle ihn erstmal kurz da ab. Dann kann die Kiste nach da. Und wenn wir hier drehen, dann passt der Schaukelstuhl schön dahin. Dann steht er hier nicht im Weg so halb vor dem Badezimmer. Das war das. Und das andere war, ich bin nicht ganz zufrieden damit, dass Hilde soweit latschen muss, um zum Herd zu kommen. Und dann sieht es ja die Person, die halt hauptsächlich kocht. Das heißt, wir stellen den Herd dahin. Dementsprechend packen wir den Brandmelder dahin und können dann auch die zwei ein bisschen verrücken. Dann sieht es halt wieder halbwegs aus. Die Kaffeemaschine könnte man nicht sogar in die Ecke stellen. Dann haben wir hier mehr Freifläche. Unter Umständen könnte man nur noch eine Mikrowelle anschaffen, denn das fehlt ja noch, damit sie mal Hotdogs machen können. Aber Hand aufs Herz, hat jemand von euch schon mal Würstchen in der Mikrowelle warm gemacht? Also da tendiere ich eher zu einem Grill. Wir haben im Sommer. Nee, kaufen wir erstmal nicht. So ist erstmal okay jetzt. Nee, ist es noch nicht. Eine Sache, die wir noch machen müssen, ist ja eigentlich in zwei Tagen... Ach nee, in zwei Tagen wird noch kein Sim älter. In zwei Tagen altern Siegfried und Rosamunde. Das heißt aber nicht, dass wir einen neuen Platz brauchen. Ich möchte trotzdem... ...die Stühle da kurz mal beiseite stellen. Den Tisch müssen wir ja nicht unbedingt loswerden. Könnte man ja auch hier hinstellen. Obwohl wir haben da ja eh ein ungenutztes Zimmer. Da können wir den erstmal reinstellen. Und uns dann noch einen schönen neuen Esszimmertisch kaufen. Mit einer Länge von drei. Ist das ein Honk-Essz-Tisch? Umgebung vier. Was haben wir denn hier? Oh, die kosten aber gleich 1400 hier. Übrigens auch nur Umgebung fünf. Da würde ich ja echt sagen, dass hier der Sim'sche Staats-Essz-Tisch doch völlig ausreichend ist. Und dann natürlich nicht anstrichbar. Sowas gibt es bei Horst nicht. Nein. Einfärben wollen wir natürlich auch noch. Und zwar... Ja, das ist doch ein schöner Essz-Tisch für die Jungs. Zukunft sicher. Dann können wir jetzt die Stühle auch wieder ranstellen. Und gleich noch einen weiteren kaufen. So. Ja. War das wirklich der beste Tisch? Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen... Oh, der wäre natürlich auch cool gewesen. Aber der hat nur Umgebung drei und ist teurer. Nee, dann nehmen wir ruhig den. Damit sich die Sims auch wohlfühlen. Hier bin ich aber im Überlegen, ob ich das Bücherregal nicht einhöher stelle. Aber das kann man auch immer noch machen. Denn wir brauchen halt, wenn Friedrich... Äh, wenn Siegfried in zwei Tagen altert, brauchen wir... Wenn man muss das an, muss das Bett ja hier rein. Das heißt, wir müssen hier irgendwie ein bisschen Platz schaffen. Und wenn wir jetzt eh schon dabei sind, dann... ...geht das Regal nach oben. Spielzeugküste Puppenhaus ist okay. Brauchen da aber noch ein bisschen Platz. Vielleicht bringen wir die... Ich meine, die Kleinkinder profitieren eh nicht vom Spielen mit Bauklötzen. Dann bringen wir das Ding noch nach oben. Und sollten dann eigentlich genügend Platz haben hier. Können wir das noch da bringen. Dann kann man da zu zweit dran spielen. Die Kiste... ...können wir auch da hinstellen. Und dann kriegen wir hier ein zweites Bett bequem unter. Wenn er denn mal so weit ist. Jo. Und dann können wir auch endlich... ...laufen lassen. Hilde geht zu Bett. Wo bist du gerade? Du willst dich auf jeden Fall ausruhen irgendwo. Wahrscheinlich geht sie wieder aufs Sofa, ne? Ja. Scheint ja doch ihr Lieblingsplatz zu sein. So. Wer ist jetzt noch wach? Siggi. Ja. Dann lassen wir laufen. Was ist da denn los? Wir haben so viel gemeinsam. Ich würde dich gern besser kennenlernen. Du hast doch einen festen Freund. ...den wir auch noch mal einladen wollten. Und wer ist er? Jefferson Alto. Ui, 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 ui. Die Altos haben natürlich richtig Geld. Vielleicht müssen wir hier doch noch... Ach so. Was ich auch noch auf meinem Notizzettel hatte, war... ...doch noch mal kurz rein. ...dass wir irgendwie halt Probleme mit dem... ...mit der Post hatten. Irgendwie keine Briefe bekommen. So, dann wird das auch noch mal versetzt. Aber... ...ein paar Tagen ist Musetag. Ja, das wissen wir. Hier sind neue Wünsche. Mit Rosamunde Hüpfe Kästchen spielen. Das ist auf jeden Fall interessanter als... ...Textnachricht an Jefferson Alto schicken. Das kannst du auf jeden Fall relativ schnell erledigen. Schaumbad ist bei dir auch immer recht gut. Du überemotionale, leicht zu beeindruckende Person, du. Gucken wir kurz mal die Wünsche durch. Oh, Rosamunde wird erfolgreich älter. Das ist in zwei Tagen der Fall. Obwohl, jetzt sind wir nach Mitternacht. Jetzt ist es nur noch ein Tag. Lockt das mal ein. Geburtstagsparty? Nee, wir feiern unter uns. Rosamunde wird zum Genie. Das bezweifle ich mal. Und dann sollten wir natürlich gucken, wie es aussieht, sobald die wach werden. Du musst nur auf Toilette. Das kannst du unten erledigen. Als erstes. Die junge Dame hatte noch geduscht. Könnte dann aber auch eine Toilette benutzen. Wie sieht es bei dir aus? Dich sollten wir besser duschen schicken. Das kannst du aber oben erledigen. Und dann kannst du runterkommen. Das heißt, du kannst die Toilette benutzen. Und bis dann auch unten in unserem Blickfeld. Ja, eine ruhige Nacht. Bis auf die Tatsache, dass Siggi sich vernachlässigt fühlt langsam. So, wir haben jetzt 5.30 Uhr. Fritze ist auch wach. Wie sieht es bei den Erwachsenen aus? Buch über Schwangerschaft lesen? Nee, also wir wissen inzwischen, wie es funktioniert. Nee, ihr müsst noch ein bisschen durchhalten, würde ich sagen. Horst könnte man ein klein bisschen eher los schicken. Jetzt ist 6 Uhr durch. Ausgeschlafen ist er noch nicht. Aber die waren zuletzt eh immer relativ spät dran. Hannelore ist hoch. Das ist gut. Horst. Und zwar spielen, Flasche geben und kuscheln erst mal. Horst würde gerne den Kochkanal einschalten. Wir haben jetzt aber überhaupt nichts mehr frei. Und die Wünsche bringen alle ordentlich. Und einen Tag werden wir wohl durchhalten, ohne ihm irgendwie Kleinigkeiten zu erfüllen, denke ich. Das müssten wir am Liebestag oder Musetag erledigen können. Mit dem Fahren beibringen. Da waren wir ja auch schon relativ weit. Nee, dann nicht Kochkanal, Horst. Du kannst jetzt aber auch aufstehen. Outfit auf Alltag wechseln. Bisschen kitzeln, bisschen kuscheln. Obwohl, der wird sich wahrscheinlich eh gleich einen machen. Da müssen wir gleich nochmal rübergucken. So, da kommen die ersten Hongs jetzt. Du brauchst auf jeden Fall Spaß. Aber du wolltest auch eine Textnachricht schicken an Jefferson Alto. Dann erledigen wir das als erstes mal. Wie sieht es eigentlich aus bei den Lebenszeitbelohnungen? Hervorragend. Gucken wir mal von unten durch. Ich gebe halt meinen Leuten nacheinander eigentlich immer ganz gerne als erstes das Wachsam. Als zweites dann schneller Lerner, damit sie die Fähigkeiten ein bisschen schneller erwerben. Wie sieht es bei Horst aus? 12.000. Da können wir auch mal kurz reingucken. Er hat ja eigentlich alles, was er braucht. Profigammler wäre noch ganz gut für den Fall, dass ich ihm tatsächlich nochmal einen Job gebe. Multitalent wäre in dem Fall auch gut. Aber Profigammler passt irgendwie besser zu ihm. Ich will halt nicht nur ständig Erbschaften einlösen. Das ist, ich versuche es halt auch bei jedem Sim auf maximal zwei Erbschaften zu belassen. Lieber eigentlich eine Erbschaft. Pass auf, dann nimm du als nächstes den Profigammler. Ist okay. Ist okay. Und wo bist du? Oh, du hast schon 29.000. Ja, da müssen wir kurz mal... Du hast ja aufgrund deiner Schüchternheit noch nicht so viele Bekannte. Und Volker meinte entfernte Freunde oder irgendwie sowas. Jetzt muss ich mal durchgucken. Weit entfernte Freundin wäre tatsächlich möglich. Aber haben wir hier noch irgendwie etwas... Weiße Weste braucht sie nicht. Hilde ist eh. Da gab es ja irgendwie die Errungenschaft ewig treu. Ist das nicht das da? Genau, ewig treu. Das haben sie beide bekommen. Trampelt hier aber lustig. Hatte sie nicht eine Eigenschaft tollpatschig? Wehre... Das lohnt nicht. Sie ist eh Schriftstellerin. Putztrache brauchen wir kaum, weil eh alles selbstreinigend ist. Reich belohnt sehe ich nicht, weil wir kaum Gelegenheiten bekommen. Ich gebe hier jetzt mal den Unternehmergeist. Vielleicht hilft das bei der Schriftsteller-Karriere. Und dann hatte ich da auch gerade Multitalent noch gesehen. Ja, und sie ist sowieso Multitalent. Was sie alles gestemmt bekommt. Also Hilde ist die Beste. Multitalent. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Und du... Juteste. Was gibt's denn noch an Resten? Hamburger, Ratatouille und Sardellen-Sushi. Wieso hast denn du... Nee, mit Ctrl... Shift-Klick, Objekt löschen. Wieso hast denn du... Wahrscheinlich, weil sie Beziehungen zu ihm hatte schon, ne? Ja, müssen wir echt drauf aufpassen, dass wir die ruckzuck löschen. Hast du etwa... Oh, du hast auch wieder... Den imaginären Freund. So, aber... Nö, kochen brauchst du nicht. Eigentlich brauchst du eher noch ein bisschen Spaß. Dann... Komm, hau dir einen Hamburger rein. Jut für die Figur morgens. Der Rest muss ja eh noch runterkommen. Du schreibst jetzt als erstes kurz deine SMS. So, Horst. Du kannst das Ding dann mal leeren. Der Herr hat sich inzwischen eingemacht. Das heißt, du kannst danach noch die schmutzige Windel wechseln und nochmal kuscheln. Du kannst ihn auf dem Boden füttern. Eine Wippe kaufen wir nicht. Leni Honk ausführen ist auch nicht. Eigentlich könntest du dein Alltagsoutfit anziehen. Und dann schauen, was es an Resten gibt noch. Mh, isst du mal die Ratatouille. Sie kriegt wieder zurückliegen. Und dann schauen, was es an Resten gibt. Rosa Munde. Ja, die war sehr spät in der letzten Folge. Die hat ihre Hausaufgaben ultralange noch gemacht. Komm einfach mal runter. Toilette kannst du gegebenenfalls auch in der Schule erledigen. So, Horst. Horst drückt sich auch in Hamburger. Ups. Einen Hamburger rein. Du brauchst nicht spielen gehen. Du kannst erstmal Töpfchen benutzen. Und dann kannst du wieder zurück. Du magst sowieso keine Hamburger. Ist dann mal Sushi. Ja, Sushi ist gut. Man weiß nie, ob man nicht in Fernost einen Verbindeten finden kann. Und wenn man dann in der Lage ist, diesen Fraß zu genießen oder zumindest so zu tun, als ob, dann kann das hilfreich sein. Da gibt es irgendwie schon wieder Behinderung. Und du kannst dir einen Hamburger vor der Schule reinziehen. Und du, Horst, hörst auf, dich aufzuregen. Und isst auf, dich aufzuregen. Und isst deinen Hamburger jetzt. Mh, da hupt, glaube ich, schon der Schulbus, ne? Ja, du kannst los. Ah, mich da. Mh, 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 mh. Da ist Alma. Hilde, hör mal auf, das Zeugs wegzustellen. Ja, im Stehen essen. Sushi im Stehen essen. Das ist die Kunst. Wer das beherrscht, beherrscht die Welt. Ähm, was machen wir mit Hilde dann? Äh, Tau ziehen mit... Leni spielen möchte, möchte sie. Wo ist Leni denn gerade? Ach, die Frist. Das ist gut. Dann... Verschick einfach mal ein paar Textnachrichten in der Zwischenzeit. So, Horst, was hast du vor? Wir hatten noch Dinge zu verbessern, da bin ich mir relativ sicher. Das ist erst 42%. Die Toilette war neu, das passt aber. Nee, es ist nur noch die Toilette. Ich glaube, der hier hatten wir leise laufen schon erledigt. Aber im Moment ist da eh noch besetzt. Dann, Horst, darfst du auch nochmal die Leute, denen du noch nicht befreundet bist, ein wenig Liebe zukommen lassen. Du brauchst nicht spülen, das erledigen andere Leute. Geh du zur Schule. Gleiche bei dir, ab mit dir. Wird eh schon reichlich knapp jetzt. Im Ozean spielen. Auf dem Ausflug könnten wir auch mal machen. Geschirr spielen. Er wünscht sich, Geschirr zu spülen. Gewinne Horst als besten Freund. Obwohl, da fehlt nicht mehr viel. Du kannst danach aufräumen. Horst wird lieber das Alltagsoutfit anziehen und dann mal die Post nehmen. Kann dann wieder reinkommen und das Upgrade durchziehen. Du gehst kauen. Auch das ist gut. Hat Hilde nämlich hier Ruhe. Upsi, das wollte ich gar nicht. Durchschnittlich lernen. Nee, hart arbeiten ist nicht. Du hast eh nicht so viel Spaß. Mit Freunden sprechen. Oder lassen wir sie durchschnittlich arbeiten. Laune ist okay. Hausaufgaben. Hier unsere überemotionale Dame. Die kann mal ein bisschen mit den Freunden sprechen. Du kannst durchschnittlich arbeiten. Das ist... Obwohl, sie steht schon auf sehr gut. Aber sie will auf die Liste der besten Studenten kommen. Dann lassen wir es auf durchschnittlich arbeiten. Und bei ihm... Freunde? Wer braucht denn Freunde? Hart arbeiten. Selbstverständlich. Annelore hat einen Liebesbrief von Sam Sikimoto erhalten. Darin steht, du und ich, es passiert. Erzähl mir nicht, dass du es nicht auch spürst. Das hat Horst gerade gelesen. Na, der wird den aber auf den Pott setzen. Sam Sikimoto. Der wird was spüren. Aber gewaltig. Vielleicht sollten wir Horst doch mal... Nee, der muss jetzt erstmal das letzte Upgrade da machen. Aber dann könnten wir ihn tatsächlich nochmal ins Fitnessstudio schicken. Damit er ein bisschen Krafttraining macht. Denn ich habe überlegt, also für Horst gibt es ja eigentlich zwei Karrieren. Einmal die zu Hause, dass er irgendwie als Erfinder hier irgendwie rumbastelt. Oder als Notlösung. Geschick hat er ja eh schon maximiert. Und ich glaube, in der Militärkarriere brauchte man auch sehr viel Geschick. Aber jetzt komm erst mal rein, Horst. Kannst das da benutzen, das leeren und dann wirst du das Upgrade machen. Oh, da geht jemand brechen. Ja, das war ja letzte Aktion in der letzten Folge. Du möchtest Tauzin spielen? Na, wo geht ihr hin? Da, okay. Ja, und damit müsste er sozial bei dir auch wieder hoch sein, ne? Jemanden anbellen. Nee, das ist... Anbellen mag ich ja nicht. Ich mag nicht, wenn die Hunde so laut sind. Aber ein bisschen mehr sozial könntest du vertragen. Hilde, kümmere dich mal. Gefuttert hat sie gerade. Loben für nicht zerstörerisch sein. Zuneigung streicheln. Und dann Pflegebürsten. Dann müsste der Hund eigentlich zumindest wieder auf einem brauchbaren Level sein, was die soziale Interaktion angeht. Und dann kannst du, liebe Hilde, nämlich auch an deinem Roman weiterschreiben. Oh, Maschka. Verbale Meisterleistung. Verwende die Aktionen besänftigen, um dir ein wenig Geld zu verdienen. Da muss man andere Leute halt erst erzürnen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Verbessere deine Schreibfähigkeiten und kehre zur Schule zurück, um deine schulische Leistung zu verbessern. Und das können wir annehmen. Hilde hat Band 14 gerade rausgekloppt. Dann fangen wir doch gleich mal an mit Band 15. Hildegard-Träume-Band 15. Und go. Was kriegten die eigentlich aktuell an Tantiemen? Kann man das sehen? Aktuelle Tantiemen pro Woche 1500. Gar nicht so schlecht, finde ich. Insgesamt verdient 5.300. Jo, 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 passt schon. Und mit dem Beginn des Schreibens an Hildegards 15. Jahrzehnten Band endet dann auch diese Folge, von der ich hoffe, dass sie euch gefallen hat, euch auch das nächste Mal wieder mit dabei sein lässt, was mich sehr freuen würde. Genauso würde mich natürlich freuen, wenn ihr dran denkt, ein Like und gegebenenfalls ein Abo dazulassen. Macht's gut. Euer Palzi.